Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute wieder zu einer kleinen Architekturkritik zusammen mit Jürgen Opitz und Martin Benath, heute auf Giesingshöhen. Und Sie wissen ja alle, hier Giesing ist natürlich schon ein geschichtsträchtiger Münchner Grund, wo man sich, wenn man dann architektonisch tätig sein möchte, ja, wie ist es eigentlich so, Herr Opitz, wenn man sich so historisch auf historischem Boden bewegt? Ist es schwieriger oder als Architekt oder geht man da trotzdem mit einer gewissen Unvoreingenommenheit an die Sache ran, weil man ja neue Akzente setzen muss? Ja, muss man sagen, also ganz unvoreingenommen geht es natürlich nicht, weil man möchte ja auch einen Auftrag bekommen. Man hat natürlich mit den Vorstellungen zu tun, die da gefragt sind. Das heißt, soll modern sein, sauber, das ist alles erfüllt hier, ja, es bringt einen frischen Akzent hier rein. Und nur, wenn man es halt jetzt als jemand betrachtet, der jetzt nicht diesen Auftrag ergattern musste, wie ich zum Beispiel, ich komme jetzt wirklich unvoreingenommen hierher, sehe es und merke, der gewachsene Zusammenhalt hier aus dem Viertel mit den historischen Bauten, der ist hier gesprengt. Und die aufsteigende Linien da hinten, das heißt mit dem kleinen Giebel, dann dieses schöne so rosa-orange irgendwie, dann daneben so Außenfassade, irgendwelche seltsamen Betonsteine und jetzt hier so als Krönung ein quadratisch praktisch Gutbau. Ja, quadratisch. Sie sagen das Stichwort. Also, was ich hier sehe, das ist halt ein Bau, der im Grunde genommen nur auf hell und dunkel besteht. Die senkrechten, die sind natürlich alle unterbrochen, weil das hat man heutzutage so, dass die Fenster gibt es nicht mehr übereinander in dieser Zeit, in dieser Architekturmode. Und ja, was ich aber sehe, ist, dass der Bau halt im Grunde genommen gar nicht wirklich da ist. Der sieht aus wie ein Gedanke, der ist nur schwarz-weiß und ist eigentlich nur ein Raster. Ihr habt den Eindruck, das wäre irgendwie wie so ein Blech, das eingestanzt ist und das steht da jetzt. Aber es hat keinen Bezug zu irgendwas. Herr Behnert, ein Architekturgedanke, der nicht ganz fertig gedacht wurde, sind auch Sie das so? Ein Architekturgedanke, der an diesem Ort nicht richtig ist, so sehe ich das. Er ist ja schon von der Philosophie des Architekten zu Ende gedacht, aber der Gedanke passt nicht auf die anderen Gedanken, die an diesem Ort anwesend sind. Und das Wichtigste ist zum Beispiel der Gedanke des Platzes. Wir haben ja hier einen Platz und der Gedanke der Bezugnahme, dass eben das Gebäude Bezug zum Platz nehmen muss und der Mensch einen Bezug zum Gebäude findet. Aber hier hat das Gebäude eigentlich den Bezug nur zu sich selbst. Aber ja, da hat eine schöne eingrenzende Wirkung zum Platz hin. Hier ist der Platz vorbei, passt der, jetzt bin ich da, oder? Genau, das ist der Gedanke, der hier nicht hingehört. Ach so. Es hätte lieber, dass sich ein bisschen was Niedriges und dann nach hinten höher werden, das hier manifestiert hätte. Aber das kann man nicht sagen. Die Form selber, es geht ja eigentlich um Gestalt. Wir suchen eine Gestalt, zu der ich eine Beziehung finde und sage, das gesamte Bild ist stimmig. Und hier ist ein Platz, an dem ich mich wohlfühle, über den ich mich freue, wo ich gerne hingehe. Und diese Stimmigkeit ist nicht erreicht. Da kann man sagen, da sind die Vorgaben, die der Investor jetzt gemacht hat, an Quadratmeter Nutzfläche und an Großartigkeit und an Selbstdarstellung, die sind natürlich stärker als das, was ich jetzt als kleiner Besucher dieses Platzes als legitimes Interesse formuliere. Und so als Farbenspezialist, Farbenfachmann, so gedecktes Weiß, ist doch mal was Neues, oder? Ist überhaupt nichts Neues. Aber jetzt, was die Farben angeht, ja, durch die weiße Putzfassade ist ja der Kontrast zu den dunklen Fenstern umso größer. Und deswegen wird diese grafische Wirkung erzeugt. Und wir haben jetzt mal einen Vorschlag gemacht, wenn man die Farbe etwas abtönt, nimmt man den harten Kontrast und dann schafft man auch mehr Zugänglichkeit. Dann ist das Gebäude nicht mehr so autoritär wichtig, sondern nimmt es mehr Bezug zum Empfindungsraum des Menschen. Wir haben ja den Entwurf mal gemacht. Also, noch ist es eine weiße Freundin mit Schwarzseleher. Wenn man hier auch mit Schwarzseleher spielt, dass es im Obergeschoss wird etwas heller, dann kommt hier ein Hauch von Alpenglühen herein, ja. Das bringt dann ein atmosphärisches, stimmungshaftes Element mit rein. Und es braucht halt gar nicht viel. Also, das ist ja jetzt nicht viel. Und es ist eine sehr zurückhaltende Farbigkeit, aber die die Härte des Kontrastes herausnimmt. Und was ganz wichtig ist, in meiner Meinung nach, ist hier im Erdgeschoss, wo es sowieso eigentlich zu niedrig ist, muss eine Einheitlichkeit hergestellt werden. Das heißt, diese Pfeiler, die jetzt im Bau hier weiß herausleuchten und so ein bisschen bezugslos wirken, die sollte man unbedingt einbinden in diese Grundfarbigkeit. Es geht ja jetzt hier praktisch nur um hell und dunkel. Es ist ja noch gar nicht von Farbe die Rede. Also, es ist eigentlich ein Schnellschuss. Wir wollen die Architektur jetzt nicht verbessern oder einen Farbentwurf machen. Wir wollten nur zeigen... Aber es geht ganz deutlich, man sieht, was man durch Farb alles machen kann. Ja, das ist es. Das ist, was mich auch immer so interessiert. Eine Zugänglichkeit schaffen. Ein bisschen mehr Farb und schon, schon wird das Ganze viel freundlicher, gell? Ja, das ist es. Dann haben wir jetzt mal eines, wir gehen mal hinter diesen Bau, weil mich auch interessiert, wie das Teil von hinten ausschaut. Wir wissen, da hinten da schlummert Giesing, einen vieltausendjährigen Schlafen. Und schauen wir mal, ob dieses Gebäude Giesing aufwegt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.